Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Felser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen MMO Friday, heute mit der Open Beta von Riders of Icarus. Für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, Riders of Icarus ist mittlerweile in die Open Beta gestartet, das bedeutet jeder von euch, der einfach Bock hat sich das Spiel anzugucken, kann das machen, ohne irgendwie ein Founder Package oder sowas kaufen zu müssen. Link dazu findet ihr natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe mir Riders of Icarus jetzt ein bisschen angeschaut, habe ein paar Stunden gespielt, nicht wirklich sehr lange, aber genug um mir einen Eindruck des Games zu machen und in diesem Video möchte ich euch natürlich diesen Eindruck mitteilen. Was ist mir als allererstes aufgefallen? Das Spiel wirkt ein bisschen wie einen kleinen Abklatsch von Terra am Anfang und diejenigen von euch, die Terra schon gespielt haben, werden wissen, was ich meine, denn gerade in der Charaktererstellung, direkt wo man sich die Klassen aussuchen kann, das ist Terra durch und durch. Selbst das User Interface in dem Spiel ist für mich einfach fast 1 zu 1 von Terra genommen, was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Warum soll man etwas, was schon in einem Spiel funktioniert, nicht für das eigene Spiel verwenden? Nichtsdestotrotz ist es hier doch schon sehr, sehr auffällig, meiner Meinung nach. Aufgebaut ist das Ganze auf der Crytek Engine, sieht auch dementsprechend gut aus und als Klassen stehen uns aktuell ein Berserker, ein Guardian, Assassin, Priest und Wizard zur Verfügung. Mehrere Klassen sollen folgen, das Spiel ist aktuell nicht auf Deutsch erhältlich, soll aber auch noch kommen, wenn es denn erfolgreich genug hier im Westen ist. Und es kommt ja von Nexon. Also Nexon kann man mögen, kann man nicht mögen, nichtsdestotrotz ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, das Game zu zocken. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich es sogar schon auf Steam gesehen und Nexon und Steam haben da sowieso eine kleine Zusammenarbeit, da sehr, sehr viele Nexon-Spieler dort rauskommen. Deswegen könnt ihr euch das Ganze auch über Steam beziehen, wenn ihr keinen Bock habt, extra den Nexon-Launch herunterzuziehen. Von den Klassen her, ich habe mich handelsüblich natürlich für einen Priest entschieden, die beschissenste Klasse zum Leveln, aber ich bin gerne Heiler. Die anderen Klassen geben euch direkt auch bei der Charakterauswahl so eine kleine Einschätzung, wie schwer sie zu spielen sind. Wizard und Assassin sollen fast am schwersten zu spielen sein, zusammen mit dem Priest. Der Priest natürlich, weil er wenig Schaden macht, Guardian und Berserker, also sozusagen Berserker, der zweihand führende Typ, der einfach Damage macht. Guardian wird eher die Tankklasse sein, die sind ein bisschen einfacher zu spielen. Was ist Rider of Icarus? Ein MMORPG und an sich, ich würde fast sagen, ein handelsübliches MMORPG ohne irgendwelche Besonderheiten in Anführungsstrichen. Das Spiel sieht gut aus, es ist mit einem Tab-Tag-Targeting-System, kann aber auch in einem Action-Modus gespielt werden. Heißt, dass ihr mit linker und rechter Maustaste die ganzen Skills durchführt und auch mit Bewegung der Maus euch umschaut. Ich persönlich habe mich bei dem Priest tatsächlich für das Tab-Targeting-System entschieden. Ihr könnt am Anfang des Spiels direkt eine auswählen, denn ein Priest ist ja so ein Fernkämpfer und gerade zum Heilen ist es für mich einfacher, wenn ich die Leute anklicke und dann meinen Heal durchspamme. Im Tutorial hat mir sehr gut gefallen, ein bisschen Story getrieben, viele Zwischensequenzen. Man wird ein bisschen eingeführt, was ist da eigentlich los? Es sieht auch wirklich sehr gut aus, dank der Crytek-Engine, kann man nicht anders sagen. Und die Quests, die man so gerade am Anfang macht, haben mich dann so ein bisschen gleich in diese Richtung gebracht. So, ah, okay, dahin geht es und zwar in standardmäßiger MMO-Kost. Was meine ich damit? Geh hier hin, hol das, tüte dies und so weiter und so fort. Nichts Besonderes, aber definitiv nicht was Schlechtes. Einfach nur normal. Ich habe die ganze Zeit mich selbst gefragt, was macht dieses Spiel jetzt besonders? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, am Ende nichts wirklich, aber es bietet einfach unterschiedliche Punkte aus anderen MMORPGs, die diese MMORPGs zu ihren Zeitungen besonders gemacht haben. Was meine ich damit? Und viele von euch, die das Spiel schon gespielt haben, werden jetzt natürlich sich denken oder vielleicht sogar schon dabei sein, in den Kommentaren reinzukloppen. Hey, du hast ja vergessen, man kann ja so viel tamen. Was ist tamen? Also, ja, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Fällt mir gerade gar nicht ein, fällt mir bestimmt gleich ein. Ähm, ja, zähmen, doch, jetzt fällt es mir doch rein, sage ich doch. Ihr könnt zum Beispiel Pferde zähmen oder ihr könnt andere Monster zähmen. Deswegen heißt das Ganze auch Riders of Icarus. Zum Beispiel habt ihr direkt nach dem Tutorial einen Pegasus, mit dem ihr durch die Gegend fliegt. Und das werdet ihr auch in den normalen Gebieten machen können. Das heißt, Fliegen ist in dem Game mit drin, ähnlich wie bei Aeon oder bei WoW. Zähmen ist in dem Game mit drin, das heißt, ihr könnt unterschiedliche Monstern in der Welt einfach für euch zähmen. Und das ist zwar eine der Besonderheiten des Games, aber definitiv nicht was Neues, denn das Ganze kennen wir ja schon aus einem Spielnamen. Dragons Profit. Das UI, wie schon gesagt, erinnert sehr stark an Terra. Das ganze Grafikgefüge und das ganze Feeling des Spiels ist für mich tatsächlich Terra. Gerade wenn ich mir jetzt die Aufnahmen anschaue, die ich aufgenommen habe. Ihr seht ja auch ein bisschen was von im Hintergrund. Es ist so, wenn ich nicht wüsste, es ist Riders of Icarus, könnte es genauso gut Terra sein. Das klingt ein bisschen, als würde ich über das Spiel herumbitschen, aber das ist gar nicht so gemeint. Ich möchte euch nur ganz klar zeigen, worauf ihr euch da einlassen würdet, wenn ihr es euch anschaut. Es bietet halt eine gute Mischung aus den KPIs oder aus der Besonderheit von anderen MMORPGs, die wirklich schon interessant sind. Aber für mich bietet es gerade nichts, wo ich sage, oh, das ist ein ganz besonderes Game. Ich hatte in den ersten zwei, drei Stunden, die ich gespielt habe, das Gefühl, es ist ein grundsolides MMORPG. Es kann bestimmt Spaß machen, aber ich glaube nicht, dass es das MMORPG ist, wo ich jetzt hunderte von Stunden reinsetzen werde. Ich werde es mir definitiv noch ein bisschen weiter anschauen. Es ist gerade Open Beta, so wie ich mitbekommen habe, wird es keinen Vibe geben. Heißt, alles, was ihr jetzt macht, könnt ihr auch im Nachhinein zum offiziellen Release auch weiterspielen, was immer sehr gut ist. Denn es gibt für mich nichts Schlimmeres, als in einem MMORPG nach einer Beta nochmal und nochmal dieses Anfangsgebiet machen zu müssen. Das kotzt einem schon ziemlich an. Den Priest fand ich schon interessant. Hat sich so ein bisschen angefühlt wie der Priest bei Terra, der auch so ein paar Attacken hat und ein bisschen Heal hat und sehr, sehr langsam zu spielen ist. Also definitiv nicht die beste Wahl für den ersten Charakter, um schnell einen Eindruck des Games zu haben. Das heißt, ich werde mir vielleicht nochmal so eine Nahrkampfklasse anschauen, wo ich vielleicht noch ein weiteres Video dazu bringe, aber im Großen und Ganzen zusammenfassen. Raiders of Icarus ist raus, ist in der Open Beta. Es sieht gut aus, es läuft recht gut, es ist nicht auf Deutsch erhältlich. Es bietet Besonderheiten wie eine Art Action-Kampfsystem, es bietet die Möglichkeit Tiere zu zähmen, es bietet einiges, was andere Spiele auch bieten. Nichts, was es so an sich total spezial und eigenständig und komplett einzigartig macht, aber auch nichts, wo ich sagen würde, es ist schlecht und man sollte es sich definitiv nicht anschauen. Das ist meiner Ersteindruck, aber natürlich freue ich mich auf euren Ersteindruck. Habt ihr euch das Ganze schon angeschaut? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht etwas, was später kommt, was ich halt in meinen ersten zwei, drei Spielstunden nicht gesehen habe, wo ihr sagt, hey, wenn das kommt, ist es richtig, was total Besonderes? Oder teilt ihr meine Meinung und sagt eher, ja, es ist ein cooles Game, es ist ganz interessant, aber es ist definitiv nicht etwas weltbewegendes? Schreibt es mir gerne alles unten rein, ich packe euch natürlich wie gewohnt in die Videobeschreibung den Link zu der offiziellen Seite, könnt ihr euch kostenlos anmelden und das Ganze einfach mal in Ruhe anschauen. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.